Es wird wieder Zeit für einen neuen Battle-Raid und wir wollen jetzt natürlich coole Angriffe haben, das heißt, ich habe mir in diesem Fall einen von unserem Clan-War rausgesucht, je nachdem wann ihr das schaut, kann es durchaus sein, dass der Clan-War nicht aktuell war, aber das tut ja nichts zur Sache, von LH2000 greift sich eine Town-Hall Level 10 an, bei weit noch nicht ausgemaxt, aber hier Zentrum hat er Mauer Level 9, X-Bows sind auf 3, Luftabwehr sind auf 7, Kanonen auf 11, Magiertürme hat er auch noch nicht ausgemaxt, hier hat er einen ausgemaxt und hier noch einen und hier. Einer fehlt noch, also auf alle Fälle eine Base, sag ich mal, die für mich Stand jetzt zu stark wäre, aber die sicher machbar ist und schauen wir mal, was er angreift, er greift an mit 2 Freeze, einem Jump, einen Blitz und einen Wutzauber, seinen Barbarenkönig, in der Clan-Burg hat er einen Golem, hat selber noch 2 Golems dabei, hat 2 Hexen dabei, 3 Schweinereiter, 2 Minions, 22 Magier, 8 Mauerbrecher, 2 Riesen, 8 Bogen und 3 Barbaren und wir starten gleich mal durch. Er fängt hier unten an, dass er gleich seine Riesen und seine Golems setzt und macht dahinter seine Hexen, das heißt die Riesen und die Golems machen jetzt erstmal hier die ersten Gebäude weg, dahinter macht das Magier, setzt jetzt seine Schweinereiter, die hier reinspringen, kriegen sie jetzt mit einer Riesenbomb zu tun, aber sie haben es noch geschafft, mit Hilfe der Golems, dass jetzt die Clan-Burg gelockt wird und die Clan-Burg-Freeze, der hier ist auch ein, inklusive eines Inferno-Towers und macht dann danach gleich einen Blitz hinterher und hat auch einen Jump-Spell dahin und Wut auch, das heißt wirklich alles hier ins Zentrum setzt, hat jetzt auch gleich den zweiten Freeze auf den X-Bow und nochmal auf den Inferno gemacht, der auch gut gesessen hat und ihr seht durch den Jump-Spell sind wirklich die meisten Einheiten jetzt schon im Inneren, Barbarenkönig hat jetzt schlapp gemacht, im Hintergrund räumen die Hexen und die Magier noch weiter auf, Rathos hat er dementsprechend auch bekommen und es ist eben die Frage, dass der Two-Star, ob der noch drin ist oder nicht, hier Jump-Spell immer noch am wirken, die Hexe hier hinten produziert noch fleißig, er hat jetzt unten noch Minions, Barbaren und Bogen übrig und er setzt die dann jetzt auch gleich hier oben, glaube ich, genau hier kommt es mit dem ersten Bogen, hat die Bogen auch schon auf Level 7, das heißt die waren hier gut schaden, im Zentrum hat der X-Bow jetzt aufgeräumt, das heißt da hat er nicht mehr geschafft, den noch zu zerstören, hier haben wir noch eine Hexe und hier oben, wenn wir das jetzt mal vorspulen, macht er noch seine verbleibenden Einheiten, die Mauerbrecher hat er es nicht benutzt, war auch hier, ja, durch die Mauer, sag ich mal, hat es sich angeboten, die waren hier geöffnet und er hat hier für die mittlere Mauer den Jump-Spell benutzt, das heißt die hatten hier auch wirklich nicht gebraucht, hätte dementsprechend natürlich gerade beim Clan war, wo man sich ja die Base vorher anschaut, für diese Base anstatt der 8 Mauerbrecher noch irgendwas anderes mitnehmen können, wenn zum Beispiel noch eine Hexe mitnehmen können, finde auch, man hätte die Schweinereite früher setzen können, dass die Clan wo gleich rausgekommen wäre, ich hätte die Clan-Truppen dann lieber rausgelockt oder halt die Riesen alleine zum Locken genommen, die Spells waren gut gesetzt, also Jump-Spell auf die 9er Mauer da im Kern hat Sinn gemacht, genauso der Wood-Zauber, ich fand auch die zwei Frees waren gut, er hat da Inferno und beim zweiten ja auch den X-Bow mit ausgeschaltet, es hat wirklich gut geklappt und ich denke für die Angriffsformation ein Three-Star ist bei der Base ja generell schwierig zu holen, gerade in Clan, was man merkt, dass er überhaupt Augenmerk oder wo sich eben die meisten schwer tun ist mit Three-Stars, wo auch ich ganz klar mit zu kämpfen habe, aber ich finde alles in allem war es wirklich ein guter Angriff, wie gesagt, ich hätte jetzt vielleicht die Mauerbrecher da nicht mitgenommen, da hätte ich was anderes für ihn mitgenommen und hätte die vielleicht ein, zwei Schweinereite dafür auch mehr und hätte die dann gleich zu Beginn gesetzt, hätte vielleicht auch ein paar Magier weniger und dafür ein paar Hexen mehr, gerade wenn man die Golem-Wizard-Witches-Taktik nimmt, aber ich denke im Großen und Ganzen, ja, er ist bei 60% ausgestiegen, das heißt bei der Base war auch mit der Taktik ein Two-Star anzustreben und den hat er geschafft, von dementsprechend ein ganz solider Angriff. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bin gespannt, welchen Angriff wir uns beim nächsten Mal anschauen, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.